Es ist soweit, meine Damen und Herren, die Welt schaut uns live zu, in diesem Moment, an diesem Ort. Zugzwang, das große Finale zwischen Stefan Tietze und Reift. An meiner Seite Großmeister Jan Gustafsson, mein Name ist Etienne Gardet und jetzt geht es los. Untertitelung des ZDF, 2020 Es ist wieder soweit, zwei außergewöhnliche Menschen, die Überragendes geleistet haben in den letzten Tagen. Außerdem Stefan Tietze und Reift, heute beim großen Zugzwang-Finale. Ich muss sagen, ich habe nicht geschlafen diese Nacht. Wie geht es bei dir? Acht, neun Stunden, also auch wenig. Mehr nicht? Mehr nicht? Nee, nee, nee. Also, ich habe ja kleine Kinder. Ja. Weißt du, 12, 13 Uhr, fangen die an rumzustressen. Furchtbar. Ja, was willst du machen? Früher waren es 12, 13 Stunden, die man schlafen konnte, aber sie nehmen einem alles. Naja, aber das, was uns bleibt, das ist zumindest hier zwei Stunden vielleicht großer Schachspaß. Viele schalten ein. Aus der ganzen Welt sind sie uns zugeschaltet momentan und sagen vielleicht, was ist vorgefallen in den vergangenen Tagen? Haben wir da vielleicht irgendwas? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Spielst du auf den bisherigen Turnierverlauf an? Viertelfinals, Halbfinals, Finale? Was ist sonst vorgefallen? Naja, ich spreche eigentlich auf diesen einen Beitrag. Frankfurter gewonnen? Ja, oh, wusste ich gar nicht. Ich spreche auf diesen einen Beitrag, den wir vorbereitet haben. Ja, da kommen wir doch noch nicht zu, da müssen wir erstmal hier mit den... Nein, wir sollen erst labern. Achso, wir sollen erst labern und dann haben wir da, habt ihr da eine Matz? Ja. Das war ja... Zwang, die Schachwelt schaut gespannt auf diesen Tag. Trilux, Markov, Tim Heinke, Stefan Titzel, Nova, Vlesk, Varion gegen Reift. Die Törner stehe sich hier gegenüber, einer muss einen Turm schlagen. Er gibt die Dame, Tim Heinke, jetzt riesig im Vorteil. Mein Herbst ist bei 7000 Grad. Wer sieht's zuerst? Ich kriege hier gerade einfach Plack. Was macht der Stefan denn? Nein, was macht der denn? Was ist denn hier los? 20 Sekunden. Schon sehr aufreizend. Jetzt verliert sie Haus und Hof, der Springer. Oh ne, jetzt bricht das alles weg. Das erste Halbfinale. Tim hier in den letzten Zügen. Stefan, wir sehen uns am Samstag, beim großen Finale. Kann doch gleich die Dame da hinstellen, das tut sie jetzt gut. Schachmatt, das lässt sich nicht mehr nehmen. Stefan Titzel trifft auf Reift im großen Finale am Samstag um 20 Uhr. Das hab ich auch gerade gesagt. So sieht es nämlich aus. Stefan Titzel trifft auf Reift. Und jetzt haben wir die beiden noch zugeschaltet. Live aus Madeira und live aus Köln. Stefan Titzel und Reift. Hallo ihr beiden. Sehr schönen guten Abend. Hallo. Was hast du gesagt? Sehr schönen guten Abend? Einen sehr schönen guten Abend. Einen sehr schönen guten Abend. Okay. Wie geht's? Euch? Also ich bin sehr aufgeregt. Ja, ich glaube, wir haben beide schon geklärt, gerade dass wir beide super cool sind, null aufgeregt. Nein, wir sind beide etwas aufgeregt, aber wir hoffen auf ein nices Spiel. Wir haben uns in Schale geworfen, aber ihr auch. Ja. Letztes Jahr wart ihr beide so schick. Dann hab ich gedacht, komm, Sacko an. Und Reift hat's mir gleich getan. Beide haben uns aufgeregt. Ja, nachdem ich's gesehen hab im Call, hab ich noch schnell in meinen Schrank gekriegt und versucht, den Partygänger, der grad noch versucht, sich irgendwie schick zu machen, zu machen und mir noch schnell was übergeworfen. Ja. Ich glaub, meine Nachbarn denken, ich bin wahnsinnig geworden, aber gut. Ihr seht fantastisch aus. Bevor wir hier gleich loslegen, würde ich gerne nochmal fragen, wie jetzt die letzten Tage für euch waren. Habt ihr euch nochmal vorbereitet auf dieses Finale? Habt ihr nochmal irgendwas einstudiert? Vielleicht den Gegner studiert? Oder habt ihr gesagt, nee, ich will jetzt erstmal nix von Schachwissen und ganz unbefleckt sozusagen in dieses Finale gehen? Wie war das jetzt für euch? Also ganz ehrlich, ich hatte gestern Abend zum ersten Mal den Moment, wo ich im Bett lag und kurz zum Einschlafen mir jedes Mal nochmal gedacht hab, was mach ich bei F4? Da hab ich wieder auf mein Handy gegangen und bin schon auf D-Shirts gegangen und hab schnell geguckt, was kann ich machen, was muss ich wie wo machen? Also ich hab schon versucht, aber ob das dann noch viel hilft, ist die andere Frage wahrscheinlich eher nicht. Ja, bei mir ist es ein bisschen ähnlich. Ich hab tatsächlich mir ein bisschen was angeguckt, natürlich. Also ich glaube auch, das hilft mir so ein bisschen, da Nervosität zu nehmen und so und dass man sich dann nicht so ganz irgendwie überrannt fühlt und sich einigermaßen zu Hause fühlt. Aber ich find's halt auch mega spannend, also jetzt zum ersten Mal in so einer Situation zu sein, wo man sich irgendwie überhaupt vorbereiten kann. Und dann denk ich mir aber auch, hä, ich kann Damen-Gambit und gut, jetzt kann sich Reef gut drauf vorbereiten. Soll ich das jetzt ändern? Also für den Fall, dass ich dann mit E4 anfangen, aber da kenn ich mich ja vielleicht gar nicht so gut aus und so, ist nicht so, fühlt man sich nicht so zu Hause. Ist halt so eine Abwägungsfrage und naja, also im Endeffekt kann man sich vorbereiten, wie man will, aber man muss halt immer abwägen, ob man nicht, ob man seine gewohnten Gefilde so verlassen will irgendwie. Ja, du hast gerade gesagt, das erinnert mich an die Eintracht, die ja auch sich überlegen musste, heute gegen Dortmund, bleiben wir bei dem, was wir können oder passen wir uns an den Gegner an? Wie ist das im Schach? Sollte man sich da anpassen und vielleicht sein Game ändern oder sollte man lieber das versuchen, was man eh einstudiert hat und auch gut kann? Es ist sehr unterschiedlich, es gibt leider kein Patentrezept. Also natürlich hilft der Überraschungseffekt manchmal, gerade wenn man damit rechnet. Und dass der Gegner die Gegnerin sich auch vorbereitet hat. Andererseits kann man ja auch nicht alles jetzt gleich gut beherrschen. Also im Zweifelsfall bleibt man dann meistens bei dem, was man am besten kennt. Aber es ist auch immer eine Abwägung. Wie viel möchte ich jetzt mich noch vorbereiten vor der Partie, mir den Kopf reinhauen? Wie viel möchte ich mich entspannen versuchen, nicht an das bevorstehende, sehr, sehr wichtige Finale zu denken? Also ich habe leider auch noch keine Lösung gefunden. Den Stress haben wir immer. Ja, das ist so ein bisschen wie früher bei den Mathe-Klausuren, wo man wusste, am Ende gibt es noch die Textaufgabe, aber die habe ich einfach weggelassen und habe mich gar nicht darauf vorbereitet, weil ich gedacht habe, wenn ich die ersten zwei Aufgaben verstehe und schaffe, dann habe ich die vier. Und versuche gar nicht erst noch mehr beizubringen, wie so eine Textaufgabe funktioniert. Viel gewinnt. Vielen Dank. Bevor wir loslegen und bevor wir auch hier noch mal ganz kurz die Regeln erklären, haben wir für jeden von euch auch noch eine kleine Überraschung parat. Eine Überraschung? Ja, wir haben eine kleine Überraschung. Wir fangen erst mal an mit der Überraschung für dich, Stefan. Und schau bitte mal ganz genau hin. Bitteschön. Hallo Stefan, ich habe es gehört, dass du ganz nach oben geschafft hast und dass du im Finale gegen Antonia spielst. Da habe ich überhaupt keine Zweifel, dass du das schaffst. Ich wünsche dir viel Spaß, viel Glück und beste Grüße aus Madrid. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja gut, jetzt könnt ihr mich komplett vergessen. Ja, das war Stefans Entdecker, der Ex-Schachweltmeister Rustam Kazimczanow. Der Stefan ja als begabtesten Spieler aller Zeiten betitelt hat. Und ja, weil es ja unfair wäre, jetzt hier nur Stefan damit unter Druck zu setzen, haben wir auch von Reeves Trainer ein paar Grußworte. Ich bin gespannt. Hallo Antonia. Viel Erfolg für das Finale. Ich habe dir alles beigebracht, was ich weiß und bin mir absolut sicher, dass du Jahrhundertstalent Stefan Tietze zerstören wirst. Oh, you, what the fuck? Was? In diesem Sinne, no pressure. Aber kein Stress. Das war Schachweltmeister Magnus Carlsen. Mein Trainer. Auch die beiden sitzen jetzt gebannt an den Bildschirmen und schauen euch beiden zu. Wahrscheinlich, weil sie sich auch überlegen, ob sie da noch was lernen können. Ihr seht also, es ist heute ein Welt-Event. Ich erkläre noch mal ganz kurz die Regeln für alle, die, sag ich mal, nur beim Finale zuschauen. Es ist folgendermaßen, wir spielen erst mal zwei Partien. Jeder einmal in weiß, beziehungsweise einmal in schwarz. Sollte es dann unentschieden stehen, kommt es zu einem sogenannten Armageddon, einem dritten Match, bei dem die Zeit halbiert ist. Das heißt, dann werden nur noch fünf Minuten gespielt. In den normalen Matches werden zehn Minuten plus Bonuszeit zehn Sekunden gespielt. Im Armageddon nur fünf Minuten ohne Bonuszeit. Bonuszeit bedeutet, wenn man einen Zug gemacht hat, bekommt man nochmal zehn Sekunden zugeschrieben. So sieht das aus. Habe ich was vergessen? Ich glaube, das ist alles, was die beiden wissen müssen. Du kennst die Regeln ja hoffentlich auch schon. Dann frage ich einfach jetzt mal in die Runde. Seid ihr beiden ready? Jetzt nicht mehr. Aber er hat ja hundertfälle gesagt. Es ist eh egal. Komm, wir machen irgendwas. Ja, wir machen einfach A5 Opening. A5, was passiert dann? Mal gucken. Alles klar. Dann, Jan, bist du bereit? Ich bin bereit. Lasse die Spiele beginnen. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt jetzt. Los geht's. Ich bin auch aufgeregt. Ich freue mich sehr auf dieses Finale. Rieft ja zweifache Finalistin, muss man ja sagen. Schon einmal im Finale hier gestanden im letzten Zugzwangturnier. Und die Frage ist, schafft sie es heute, den Titel nach Hause zu nehmen? Und Stefan beantwortet hier auch schon die erste Frage. Wird er anders eröffnen als sonst? Und das kann man hier schon mal mit Nein beantworten. Ja, aber Rieft hat eine Überraschung vorbereitet. Gleich Bauer nach C5. Gängig ist ja erst mal den Bauer nicht auch in die Mitte zu stellen. Sie geht hier direkt auf Feindkontakt, setzt diesen Bauer nach Druck. Aber Stefan ist davon nicht überrascht, spielt den besten Zug in dieser Stang. Bauer nach D5. Gewinnt damit Raum. Und wird jetzt versuchen, oder sollte jetzt versuchen, das Zentrum zu besetzen. Bauer nach C4, Sprenger nach C3 und Bauer nach E4. Also, davon hat er sich nicht überraschen lassen. Schwarz könnte jetzt den Zug Bauer nach B5 spielen. Weißt du, wie das heißt? Ähm, nein. Ist das das Volga Gambit? Ich war so knapp davon. Ja, vielleicht im Englischen sagt man häufig Benko. Aber sie spielt es anders. Sie spielt ... Jetzt muss ich überlegen, wie heißt das? Das heißt das ... Das ist ... Ich glaube ... E5. Alt Benoni heißt das, glaube ich. Ich hätte einfach E5 gesagt. Ja, E5 ist auch richtig, so heißt das Feld. Aber da hat sie einen Aufbau einstudiert. Ähm, Schwarz möchte den Bauer nach D6 spielen. Dann läuft nach E7, kurze Rochade und eine sehr geschlossene Stellung anstreben. Ja, wir sind hier schon auf einem ganz anderen Niveau. So eine Eröffnung haben wir in dem gesamten Turnier noch nicht gesehen. Und auch so eine Verteidigung nicht. Also ... Das ist auch Zugzwang geworden. Unglaublich. Carlsen, Kasimchanow, Grußwörter. Da hier die Spieler bereiten sich aufeinander vorspielen. Ganz neue Systeme. Und Tietze ist jetzt raus. Sprecher nach F3 nicht der gängigste Zug. Normalerweise würde man erst Sprecher nach C3 und Bauer nach E4 spielen. Aber alles in Ordnung. Reift verteidigt den Bauer hier mit Bauer nach D6. Und Weiß muss jetzt überlegen, wie er die Figuren rauskriegt. Ich würde immer noch zur Mitte tendieren. Man könnte auch an das gute alte Läufer-4-Ketto denken. G3 folgt von Läufer nach G2. Er denkt nach. Er denkt nach. Meinst du, das war gemein mit den Einspielern, dass sie jetzt denken, oh nein, ähm ... Das ist ja noch mal viel mehr Druck, wenn hier die Stars zugucken. Oder auch nicht? Mich würde das motivieren. Weil man will ja dann seinem Idol auch zeigen, wie gut man ist. Deshalb schick ich dir immer meine Partien. Ja, ja, ja. Und ich freu mich auch mal. Bauer nach E4 gespielt. Sehr aggressiv von Reift. Änder jetzt die Strategie. Die Strategie, normalerweise von dieser Eröffnung ist, die Mitte geschlossen zu halten. Aber weil Stefan dieses Feld nicht gleich besetzt hatte, versucht sie hier mit den Bauern den Springer unter Druck zu setzen. Und nicht klar, wie das ausgeht. Der Springer müsste jetzt wegziehen, könnte aber zum Gegenangriff ansetzen, nach G5 gehen und diesen Bauern wiederum attackieren. Also es geht hier gleich mit Feindkontakt los. Sprenger nach D2. Ich hatte eher dazu tendiert, ihn vorzuziehen. Jetzt könnte Schwarz ein sogenanntes strategisches Bauernopfer machen. Bauern nach E3. Diesen Bauern herschenken, aber damit die weiße Struktur ein bisschen kaputt machen. Gerade noch auf dem begehrten Königsflügel, wo er gerne hochiert wird. Außerdem hat er auch jetzt gerade wieder hier C1, seinen Läufer ein bisschen blockiert bei der Entwicklung, oder? Ja, das auch. Trotzdem ist langfristig, könnte dieser Bauernopfer auch zur Schwäche neigen. Also es ist eine sehr komplizierte Stellung. Jetzt schon. Ich glaube, Weiß sollte weiter Jagd auf diesen Ball machen mit Dame nach C2, den attackieren. Aber traut man sich auch nicht so, ohne weiteres die Dame hier dem Läufer so gegenüberzustellen. Sehr ungewohnte Muster hier für Stefan, der ja viel einstudiert hat. Aber diese Stellung wird auch ihm nicht geläufig sein. Bin gespannt, wie er es löst. Aber dann hätten wir doch ein Abzugs-Gardee, oder? Ja, es gäbe ein Abzugs-Gardee, aber dann wäre der Läufer auch noch angegriffen. Wenn der Bau auf Vorgänge, zack, könnte ich da mal hier schlagen. Den muss er noch absichern vorher. Stefan spielt solider, spielt Bauern nach G3. Sehr logisch gedacht auch, er möchte den Läufer hier hinstellen, damit diesen Bauern attackieren und gleichzeitig den König in Sicherheit bringen. Also, gute Reaktion von Stefan Tietze. Jetzt muss Reeves sich wieder Gedanken machen, wie sichert sie diesen Bauen? Wenn sie... Ich wollte sagen, wenn sie den Läufer hinstellt, dann wäre dieser Bauer auf einmal nicht mehr zu verteidigen. Jetzt könnte sie noch mit der Dame Support bringen. Oder sie könnte wieder dieses Opfer machen, was ich schon erwähnt hatte, Bauern nach E3, den her schenken, aber dafür die weiße Struktur ein bisschen kaputt machen. Sie muss auf jeden Fall reagieren. Damen nach E7 überdeckt den Bauern. Steve Balken kippt langsam in Richtung Stefan Tietze. Ja, Steve Balken sieht, dass man den Bauern hier jetzt gewinnen kann mit Damen nach C2, ihn wieder nochmal angreifen und dann kann er nicht nochmal verteidigt werden. Aber Damen nach C2 glaube ich nicht, dass Tietze das macht, eben wegen dieser... Weil man nicht gerne die Dame in die Linie hier, die Diagonale des Läufers stellt. Also würde mich überraschen. Ich würde tippen, dass er einfach rochiert und erst mal nicht hier Stress sucht. Er macht es anders. Bauern nach E3 stoppt, dass dieser Bauer vor kann, aber hinterlässt auch Löcher auf den weißen Feldern. Also wahrscheinlich kein guter Zug, weil häufig ist es so, wenn man den Läufer 4 anketiert hat, diesen Bauern schon auf ein Schwarzfeld gestellt hat, den nächsten auch noch, dass dann schwarz eines Tages diese Schwächen ausnutzen kann, die dazwischen liegen. Was hältst du von Dame A4, um den Springer dort zu fesseln? Ich bin ja tenziell, außer hier, um auf Baujagd zu gehen, dagegen die Dame so früh rauszubringen. Der Springer hat noch keine so wichtige Funktion. Also Schwarz will ja mit G6, Läufer G7 kurz rochale spielen. Wollte gleich noch nicht so viel bringen. Aber das kann man ja auch positiver, also du könntest ja auch sagen, gut gesehen, dass man da... Von der Idee her sehr gut, nur in diesem konkreten Fall... Nicht sinnvoll, aber gut gedacht. Ja, das stimmt. Das kann man ja auch motivierend formulieren. Hier zum Beispiel, also Dame raus schon gut gedacht, nur A4 vielleicht nicht das beste Feld, vielleicht eher so wie Tietze hier, auf den Bauern losgehen. Aber gefällt mir auch nicht. Dieses ganze Dame raus Zeug gefällt mir nicht. Ich würde den Bauern hier sogar abfahren, laufen nach G7 und wenn er da wirklich schlagen will, dann kurz rochale. Die Dame verehrt sich im Feindesland. Also, nee, die letzten beiden Züge nicht ideal gelaufen für Stefan Tietze. Während Reeft jetzt alles konsolidiert kriegt, den Läufer raus, kurz rochale. Damit angenehm steht. Da sehen wir ihn in Großaufnahme. Ich finde das auch immer ein merkwürdiges Gefühl. Ich mache das auch häufiger. Wenn man zu Hause sitzt, das ist ja Stefans, wie nennt man, Chalet, Lauf in Köln. Und da sich dann aber ein Anzug anzieht. Also, es ist noch mal komischer, als wenn man sich ein Anzug anzieht und irgendwo hinfährt. Das machst du doch jeden Tag. Ich mache das häufig tatsächlich, immer im Keller einen Anzug sitze, aber ich fühle mich jedes Mal komisch dabei. Läufer nach H6, Reeft, bringt den Läufer ins Spiel. Ja, erstmal alles unter Kontrolle. Stefan muss jetzt hier einen Ansatzpunkt finden. Also, die Figuren kommen nicht so leicht raus. Was droht jetzt? Jetzt droht hier wieder die, meine Lieblingsgabel. C7 könnte den Turm attackieren bei Schachgebot. Genau. Aber vermutlich kommt es ja jetzt zu Orchado, oder? Davon würde ich auch ausgehen, das würde die Drohung parieren, gleichzeitig den König in Sicherheit bringen. sehr guter Vorschlag. Dankeschön. Sieht sie das? Streamt, drift eigentlich? Ne, sie redet nicht viel. Ich weiß gar nicht. Aber sie streamt gar nicht. Kann das sein, dass sie den Stream heute ausgelassen hat? Wenn ich hier runtergehe. Okay, da redet sie. Okay, sie redet vielleicht ab. Und das ist abgedeckt. Das hier aber nicht mehr. Doch, sie streamt. Und es ist jetzt nicht ein Schach. Also Chat sagt, sie ist live, aber sehr konzentriert. Das ist abgedeckt. Danke, liebe Regie. Das ist nicht mehr. Das auch nicht. Checkt die ganzen Felder ab. Also die weiße Drohung ist, dieses Schach zu geben. Aber wenn der König weggeht, dann pariert das die Drohung. Gibt auch keinen anderen so tollen Weg, das zu parieren. Sie wird hier eigentlich zu ihrem rochade Glück gezwungen. Und wenn sie rochiert hat, Stefan immer noch das Problem, dass es nicht so recht weitergeht, wie er seine Figuren sinnvoll einsetzen soll. Oh, nee. Dame nach der Acht ein Fehler. Sie möchte die Kabel parieren, aber damit gibt sie einen anderen Sprung frei. Etienne, warte mal. Moment. Tietze war schneller. Er schlägt hier mit dem Springer auf D6 rein. Die Dame hatte diesen Bauern nicht mehr verteidigt, dadurch, dass sie da weggegangen war. Und das ist natürlich ein wichtiger Bauer. Es war auch ein Schachgebot, das heißt, der König muss ziehen. Der Springer tauscht sich als gegen den Läufer. Und damit Stefan Tietze wieder in der Vorhand. Hat einen Bauern mehr und der schwarze König musste in der Mitte bleiben, was man ja normalerweise nicht will. Gerade mit Damen noch auf dem Brett. Ist ja ein bisschen exponiert. Jetzt sieht es wieder sehr, sehr gut aus für Stefan. Ich könnte diesen Bauern hier attackieren noch mit Läufer nach H3. Ich sehe gleich, wie man ihn verteidigen will. Ei, ei, ei. Erster kleinerer Fehler von Reefd. Leuchtet auch nicht ganz ein, warum sie sich gegen die Ruchade entschieden hat, weil die wollte sie ja eigentlich sowieso machen. Vielleicht hat sie nicht ganz genau gesehen, wo welche Figur landet und gedacht, dass dann ... Ja, wahrscheinlich hat sie befürchtet, dass der Springer hier trotzdem reinjuckt, aber hat er nicht viel gebracht, dann kann der Tor einfach wegziehen. Also, Stefan, macht weiter Druck, versucht hier jetzt die Stellung zu öffnen gegen den König mit Bauern nach H3, initiiert hier Feindkontakt. Und wir sehen es an Steve Balken. Entscheidender Vorteil sieht er schon bei weiß. Ist natürlich auf Computerniveau und nicht auf Zugzwangniveau. Es ist nur ein Bauer mehr. Aber das ist schon von ... E3. Aber um auch Reefd mal zu loben, sie hat auf jeden Fall die drohende Gabel direkt erkannt und abgewehrt. Also, das muss man natürlich auch sagen. Ja, ich hatte ja schon gesagt, es gab eigentlich nur eine gute Lösung, das zu parieren. Und da sie an der vorbeigegangen ist, hat sie eine Alternative gewählt, die dann, ja, leider was anderes zuließ für sie. Stefan streamt nicht, redet aber trotzdem ein bisschen vor sich hin. Anifler ist es auch gewohnt hier beim Schach zu reden. Hat er viel hier mit eurem ... Ist das ein Ex-Kollege, Käpt'n Raffo? Ja. Grüße. Mit dem hier viel. Twitch-Coaching gemacht auch. Ja. Und ja, steht nach wie vor besser. Sprechen kann ja rübergehen. Den Borna-Druck setzen. Und so ein König, wenn er einmal in der Mitte ist, der kommt ja auch nicht so schnell wieder weg, ne? Also, er muss jetzt ja hier mehrere Züge gehen. Auch da wär er nicht so sicher und der Turm wird noch eingesperrt. Also, deshalb möchte man unbedingt immer ihn in Sicherheit bringen, so schnell es geht. Jetzt hängt er da fest. Sprechen nach G4, attackiert den Bauern. Aber der ist noch verteidigt von Läufer und von Dame. Also keine akute Gefahr. Und Weiß könnte nachsetzen mit dem eigenen Springer wieder hier auf die Jagd gehen. Sprenger am Rand ist zwar nicht so doll, aber wenn's dem guten Zweck dient, nämlich hier sich auf F5 einzunisten, dann wär das schon eine schlaue Idee. Gucken. Was Stefan Tietze macht. Wie ist Stefan Tietze so? Du hast ja mit ihm gearbeitet hier für seine neue Serie. Gedreht, kannst du ruhig sagen. Gedreht. Für seine dritte Staffel ist es? Dritte Staffel. Unsere Serie. Eurer Serie. Er war Regisseur. Wie ist er? Ist er ein strenger Regisseur? Nee, nicht streng, aber er weiß schon bestimmt. Er weiß, was er will und sagt einem dann auch, wie man's machen muss. Aber so soll's ja auch sein. Hast du darauf bestanden, dass du deinen Text adlibben darfst? Ich hab eben direkt am Set ein paar Sachen rausgekreuzt, wo ich gesagt hab, Stefan, ganz ehrlich, seh ich anders. Das würde mein Charakter so nie sagen. Ich bin, glaub ich, Kantinenarbeiter 3. Und da hab ich gesagt, würde Kantinenarbeiter 3 wirklich so reagieren, Stefan? Und da haben wir dann, da gab ein Wort das andere, ein bisschen wie bei Filmfight, sag ich mal. Und am Ende haben wir eine Lösung gefunden. Dritte Staffel. How to sell drugs online reinfast. Welchen Take habt ihr angenommen? War's dreistellig? Waren mehrere Takes. Bau nach H3. Stefan attackiert diesen Sprenger, der aber ja wie, eigentlich nicht so viel gemacht hat. Also, den Bau noch nicht bedroht. Er versucht ihn hier zurückzudrängen. Ja, kann ich auch nicht kritisieren, den Zug. Ja. Ja. Aber tatsächlich war das auch für mich natürlich sehr interessant, mal in so einem Set zu sein und zu gucken, wie das da so abläuft und wie dann so jemand wie Stefan, den man kennt, wie der dann arbeitet als Regisseur und so und hat das ja auch noch nicht so oft gemacht, glaube ich auch. Seine zweite oder dritte, ich weiß es gar nicht genau, muss er uns ja mal sagen. Ein tausend Sasser, Autor, Komedien, Regisseur, Produzent. Wahnsinnstyp. Wahnsinnstyp. Jahrhunderttalent im Schach. So, Reeve muss weg mit dem Sprenger. Es gibt keine tollen Möglichkeiten. Der Sprenger kann hierhin oder hierhin. Beides ist für Schwarz unangenehm, aber den Sprenger zu verlieren wäre noch unangenehmer. Also wahrscheinlich zurück und auf das Beste hoffen nach wie vor. Wäre mal ein Vorschlag für Weiß hier, mit diesem Sprenger auf den Bauern loszugehen. Auf der Uhr beide Seiten auch schon ein bisschen Zeit verbraucht, noch keine Zeitnot, aber gut fünf Minuten bei Stefan, knapp fünf Minuten bei Reeve. Relativ ausgeglich. Aber Steve Balken hat sich hier schon ziemlich festgelegt. Steve Balken mag diesen König in der Mitte nicht. Da lässt er sich dann auch, lässt er auch nicht mit sich reden. Ach ja. Das ist so spannend wieder, ne? Wir kommen gar nicht mehr dazu hier, keine Ahnung. Über Love Island. Über was? Über Love Island. Love Island? Hast du Love Island geguckt? Angefangen. Angefangen. Aber ich bin noch nicht wirklich weiter. Was ja gesagt, what for? Turm nach G8. Attacke. Also Stefan, Turm nach E1 war ein bisschen passiv. Der Turm stand eigentlich gut auf dieser F-Linie, wo er diesen Bauern im Blick hatte. Und jetzt Reeve nutzt die Chance hier zu Gegenspiel. Greift diesen Bauern an. Die komplizierte Lösung wäre immer noch der Zug, den ich einfach die nächsten zehn Züge lang vorschlagen werde. Der Sprenger nach H4 mit der Idee, wenn der Turm hier reinschlagen würde, dann auf F5 gute alte Gabel anzubringen. Ja, Dreifachgabel sogar. Trippelgabel. Drei zack. Wohl. Wie viele zacken hat so eine normale Gabel? Das sind doch drei, oder nicht? Vier, würde ich sagen. Vier? Zwei außen zwei eben. Stimmt, stimmt. Drei ist so eine komische Gabel, ja, ne? So ein Piekser beim Curryladen ist so ein Dreiergabel. Oder hatte ich nur zwei? Ein Zweier? Das war ein Zweier. Wir kennen uns gut aus mit Besteck. Ich hab ja mein Leben noch mit einer Gabel gegessen. Queen nach H2, das gefällt mir nicht. Deckt zwar diesen Bauern, aber der Bauer könnte nochmal attackiert werden von der Dame, Dame nach C7. Und Steve Balken sieht das ähnlich wie ich. Damit wendet sich jetzt auf einmal das Blatt. Denn der Bauer wäre nicht mehr zu verteidigen. Und wenn auf einmal die Dame hier ankommt, unterstützt vom Turm, dann kann's böse enden. Also Rieft jetzt mit der Chance und sie sieht es. Dame nach C7 greift diesen wunden, wunden Punkt an. Und da sehen wir die Reaktion von Stefan, können wir vielleicht mal das in Großaufnahme sehen. Guter Zug von Rieft. Und jetzt sehen wir, dass er merkt, dass er einen Fehler gemacht hat. Das hat ihm nicht gefallen. Doppelbedrohung beim G3-Bauern. Ja, es waren so ein paar kleinere Sachen, ne? Dieses Bauern nach H3 hatte ich ja ein bisschen gemeckert, weil es diesen Bauern schwächt, um den Sprenger zurückzuzwingen. Und dann hier König nach H2 war halt zu langsam. Also Turm nach E1 war schon ein bisschen langsam und dann König H2 und auf einmal jetzt andersrum. Bisschen unglücklich jetzt auch für Stefan, dass es schon so kräftig ist. Aber er hat tatsächlich keinen Weg diesen Bauern zu verteidigen. Also wenn wir uns überlegen, wer könnte das machen? Läufer kann nicht hin. Die Dame ist zu weit weg. Turm kommt da nicht hin, weil der Läufer im Weg steht. Es gibt einfach keine gute Lösung. Er muss jetzt irgendwie König wegziehen und schlägt die Dame hier rein auf G3, würde Schachmatt drohen. Und den Turm auch noch bedrohen. Turm noch im Blick haben. Also auf einmal innerhalb von drei Zügen, von überlegener Stellung zu hoffnungsloser Stellung. Was würdest du ihm denn jetzt empfehlen? Also was könnte er das Beste, was er machen kann? Wie gesagt, die Stärke ist schon sehr, sehr schlecht. Er muss mit dem König in die Ecke gehen, dann die Dame auf G3 hier einfallen lassen, dann mit dem Turm einvor, erst mal das Matt auf G2 parieren. Aber normalerweise wird man da schon überrollt vom schwarzen Angriff dann. Also tatsächlich ist es jetzt schon zu spät, wenn Reef nichts mehr falsch macht. Also das ging schnell. Das sieht man echt selten. Ah ja. Ist immer dieses Ding, so Bauern vom König vorziehen, wenn's nicht unbedingt sein muss. Aber auch super gesehen von Reef. Also das muss man einfach sagen. Die Dame, die da wirklich das gesamte Spiel noch nicht einmal berührt wurde, dann genau zum richtigen Zeitpunkt zu aktivieren und da reinzustoßen. Und wir sehen, er struggelt. Das kostet ihn richtig viel Zeit. Zwei Minuten fast schon. Denkt er über diesen Zug nach. Ja, das ist das Fürchterliche, wenn man das Problem erkannt hat, dann drüber nachdenkt. Aber es gibt keine Lösung. Also du musst jetzt ja eher das geringste Übel suchen. Er wird jetzt versuchen, ja, wie kann er das hier überstehen? Aber König nach G1. Er hat gesagt, er König nach H1, weil jetzt nach Damen schlägt G3. Das Problem ist, rotschlagmatt auf G2. Und wenn der Turm sich dann in den Weg stellt, dann könnte die Dame jetzt auch noch, ich weiß nicht, ob ich euch überfordere, aber nur zur Erklärung. Wenn der Turm jetzt hier vorgeht, um das Matt zu parieren und die Dame auch noch die Fesselung nutzen, diesen Springer schlagen, ist aber der König besser in der Ecke gestanden, wo er nicht diesem Turm gegenübersteht. Also hier ist, ja, hier ist guter Rad teuer. Das rotschlagmatt, das kann man parieren mit der Dame oder mit dem Turm, aber nach beidem würde dieser Springer fallen. Wahnsinn. That escalated quickly. Und der Balken halten sie. Zeit wieder. Von der E2, ja, er muss hier decken, einzige Chance, aber das traue ich Reef zu, dass sie diese Fesselung erkennt und diesen Springer weghaut. Danach gehen die Probleme für Weiß noch weiter. Das ist der Turm angegriffen. Also, spannend. Reef lässt sich jetzt natürlich Zeit, gut, dass sie sich Zeit lässt, um hier alles genau durchzuplanen, denn jetzt hat sie die Chance, hier zu gewinnen, darf aber jetzt auch keinen Fehler machen. Sie sieht's nicht, sie nimmt nicht den Springer, sie bringt erstmal den Turm ins Spiel. Was hat sie denn mit dem Turm vor? Die Störung bleibt überlegen, vielleicht möchte sie ja den Weg schaffen für den König, dass der sich da verstecken kann. Der Turm ist schon im Spiel. Das ist zu defensiv, jetzt muss sie Gas geben. Ihr Turm ist, ihr König ist ja momentan überhaupt nicht das Thema. Es ist da schön eingenistet. Ja, trotzdem bleibt Titzes Lage schwer. Diese Drohung existiert immer noch und er kann natürlich darauf spekulieren, dass sie es auch wieder nicht sieht, aber es ist auch nicht leicht zu parieren. Vielleicht würde ich Bau nach E4 versuchen, dass die Dame hier noch den Springer im Blick behält, ein bisschen Verwirrung stiften. Und ja, das tut er, er hat erkannt, dass er diesem Springer helfen muss. Objektiv wahrscheinlich keine Rettung mehr, aber die beste Chance. Also Titzel noch nicht geschlagen. Rieft schlägt. Jetzt hat sie aber ein Fesselproblem, denn dieser Bau droht nicht, sich weiter durchzufressen, weil der König da gegenüber steht. Das heißt, Stefan könnte jetzt die Chance nutzen, hier wenigstens einen Angreifer zu beseitigen, diesen Läufer zu schlagen und wäre auf einmal wieder ziemlich gut im Geschäft. Balken sieht Weiß leicht im Vorteil, es kann absolut alles passieren, eine super komplizierte Stellung, aber Weiß hätte erstmal eine Figur mehr, wenn Stefan jetzt hier schlagen würde und ich sehe nichts Direktes für Schwarz. Oh ne, er sieht's nicht, er sieht's nicht, er spielt Springer nach D4. Ist auch unzufrieden. Würdest du den Springer jetzt schlagen? Ja, der Springer droht die Gabel, also der muss weggehauen werden, aber den wegzuhauen sieht auch gut aus. Also C schlägt D4 und er hätte das Ganze haben können, ohne den Springer herzuschenken. Nach C schlägt D4 ist der beste Zug, wahrscheinlich immer noch den Läufer zu schlagen, aber dann hat Schwarz diese beiden mächtigen Bauern in der Mitte. Das war zu kompliziert gedacht. Oder er hat übersehen, dass der Bauer das Feld kontrolliert. Aber dann wäre ihre Dame da weg. Ja, die ist verteidigt vom Turm. Oh, aber sie übersieht die Springer-Gabel. Jetzt nach Läufer schlägt C1. Sie hat gesehen, dass sie diesen Läufer retten muss. Deshalb vielleicht der Reflex. Aber Springer F5, die Gabel, der Angriff auf König und Dame. Und uff. Das heißt, Tietze wieder klar, klar im Vorteil, wer die Dame gewinnt. Ei, ei, ei. Na, aber ich meine, sie hätte ja auch jetzt die Dame verlieren können. Also eine Dame tauschen können. Ja, sie hätte schlagen können, dann hätte der Springer dieses Schach-S gegeben. Das wäre unangenehm gewesen für Schwarz. Können wir gleich noch mal gucken. Aber jetzt hat Stefan entscheidendes Material Übergewicht hier. Und Reefd wird jetzt klar, dass sie hier eine große Siegeschance aus der Hand gegeben hat. Warte. In der Fall, dass es jetzt schlägt, dass sie läuft nicht B2, aber jetzt brechen die Dämme. Es gab allerdings auch keine guten Möglichkeiten mehr. Ja, jetzt fragt sie sich auch, was mache ich da? Jetzt Schach ist ein hartes Spiel. Das wird sie richtig ärgern, wenn du es ihr in der Analyse gleich zeigst. Das war ja für beide. Es ging hin und her. Erst stand Stefan überlegen, dann stand er hoffnungslos hinten, dann, ja, der Balken hier ein paar Züge hin und her gesprungen. Also, uff. Nicht, weil beide schlecht spielen sollen, weil die stand halt super kompliziert war die ganze Zeit auch. Also, es ist schon hier ein dramatisches Final. D6. Jetzt, wenn wir durchzählen, hat Stefan natürlich großes Material Übergewicht, hat zwei Türme und die Dame gegen einen Turm, einen Sprenger. Also, das ist schon ein entscheidender Vorteil. Hat eigentlich nicht mehr viel Zeit. Sie geht erst mal zurück. Man kann Reift hier keinen weisen Rat mehr geben. Sie muss darauf hoffen, dass Stefan irgendwie die Dame herschenkt, aber es ist natürlich wahrscheinlich hat Grüner auf 1 gespielt, aber wenn der Läufer ziehen kann, schlägt jetzt den Bauern in der Mitte und bedroht den Turm. Er schlägt, Dame schlägt, Abtäusche helfen ja auch, gut, das ist eh hoffnungslos für Schwarz. Helfen ja auch dem Weißen, weil jetzt nicht mehr so viel Springer, Gabeln potenzielle da sind, aber es gab keine gute Lösung mehr. Ja, interessiert jetzt Stefan nicht mehr so wirklich, er versucht jetzt hier eher noch den Angriff zu starten, wahrscheinlich mit naja, Dame E7. früher oder später geht es dem König an den Kragen. Aber die Anspannung fällt ihm noch nicht aus dem Gesicht, also nach wie vor hoch konzentriert. Hier kommt die Dame, Künig muss zur Seite, das könnte ja immer den Bauern einvor, Schachmattdrohnen auf C7 und ja, Schwarz hat einfach nicht die Ressourcen mehr. Spielt Dame F8 hier. Wieder die alte russische Weisheit, wenn wir ein Mattdrohnen können oder einen Turm gewinnen, dann den Turm gewinnen. Da hält er sich dran. Doppelangriff. Warum? König an den Turm. Damit der Turm einen nicht mehr stresst? Ja, genau damit man sicher gewinnt, falls es dann doch nicht Matt ist. Springer ist auch noch weg, so hier. Gibt's kein Halt mehr. Jetzt ist das Matt auch nicht fern, damit C6 wäre zum Beispiel Schachmatt. Oder genau damit C6 wäre Schachmatt. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. So nach E1. Selbst wenn er nicht weiß, wie es geht, wie er sagt, kann er wenig falsch machen. Und ja. Wow. Was für ein Match. Das ist wirklich eines finales würdig. Unglaublich spannend. Und wir können schon mal so viel sagen. Es gab hier Siegchancen für beide. Und es war enger, als es jetzt am Ende dann, weil es so schnell ging, aussah. Erstmal herzlichen Glückwunsch, Stefan. Du wirst wahrscheinlich auch kaputt. Ich bin fix und alle. Ich bin fix und alle. Reefd, wie geht's? Äh, boah, schade. Ich dachte zwischendrin, also am Anfang dachte ich so ganz scheiße, zwischendrin dachte ich wieder, okay, cool. Und dann, als die Dame weg war, war halt ganz unangenehm. Ja. Ah, schade. Es trifft ganz gut. Wir können ja mal schauen. Ich hab's geahnt, dass du dich mit Benoni vorbereitet hast. Ja. Aber das ist dann so, am Anfang, das ist dann so wie jetzt, also ich bin... Es war gar nicht auf dich, Benoni war eigentlich eher auf Flesk. Ich wusste gar nicht, dass du auch, äh, dass du auch, äh, D4 spielst. Ähm, also hab ich den gestern Abend gesehen. Oh ja. Ja, Eröffnung lief ganz gut für Reefd, hatte eine gute Stellung. Dann der erste große Moment war nach Springer nach B5, als diese Springergabel droht auf C7. Und hier wär die beste Lösung gewesen, einfach die Rochade zu machen. Dann würde der Springer da ja keine zwei Sachen mehr angreifen. Und Schwarz würde besser stehen, weil die weißen Figuren nicht so richtig rauskommen. Stattdessen gab's dann hier nach Dame D8 war erst mal Stefan am Drücker, weil er diese Gabel hatte, die hier den Baum gewonnen hat. Dann soweit alles gut gespielt von beiden. Hier, grundsätzlich, die Faustregel ist natürlich immer Einzelfall. Aber wenn man's irgendwie vermeiden kann, nicht die Bauern vorm König vorziehen. Das hat sich ja später auch gerecht mit der Schwäche dieses Bauerns auf G3 noch. Eine gute Lösung wär zum Beispiel gewesen, Springer nach H4 und auf diesen Bauern losgehen. Mhm. Und ja, in dieser Phase, Stefan, eigentlich gar nichts Dramatisches gemacht. Also ein paar kleine, zu passive Züge. Das Bauern nach H3, Turm nach E1. Und Reefd hat sich völlig richtig sofort auf diese Schwäche gestürzt, hier mit Turm nach G8. Und jetzt, das war ganz komische Situation, nach Dame nach C7. Kann weiß sich wirklich nicht mehr verteidigen. Also die schwarzen Figuren stürzen sich auf diesen Bauern. Und es gibt keine Möglichkeit, das zu parieren. Also hier ... Ich hab ewig überlegt. Ich hab ewig überlegt, weil ich dachte, da muss Regen eine Möglichkeit geben. Aber keine gefunden. Ja, unangenehbare Situation. Auch die Zeit tickt runter. Und du überlegst, wie kann ich den decken. Aber es gibt tatsächlich keine Möglichkeit. Und dann hier ... Antonia wird's wahrscheinlich auch schon gemerkt haben, hier gab's mehrere gute Chancen für sie. Am einfachsten ist, diesen Springer wegzuschlagen, wegen der Fesselung. Der Läufer kann nicht zurückschlafen. Ah, die Fesselung war da. Oh Gott. Oh, ich dachte, ich kann die nicht nehmen. Oh, das tut jetzt weh. Ah, ja. Oh Gott. Und dann, ja. Würde Weiß wahrscheinlich da zusammenbrechen. Mhm. Ja. Dann ging's hier noch einmal hin und her nach F schlägt E4. Hätte Stefan gleich diesen Läufer wegnehmen können, dann wär umgekehrt die Fesselung da gewesen. Jetzt kann Schwarz nicht schlagen, weil der ... Ja, das hab ich geblieben. Das war die ganze Zeit meine Idee mit dem Bauern vorziehen. Ich wollte die ganze Zeit oben auf H6 schlagen. Und dann dachte ich aber, dann kommt nachher so eine Bauern-Gabel, die ich nicht parieren kann, auf F3. Ja, genau. Kann ja nicht kommen. Wäre noch nicht gegangen. Und der letzte ... Boah. Moment hier nach Sprenger D4. Wenn Reef die einfach wegschlägt, steht sie besser. Dann hat sie diese Bauern im Zentrum, die kommen an. Der Weiße König ist immer noch sehr, sehr schlecht. Also das wär immer noch ne sehr unangenehme Stellung für Stefan gewesen. Stattdessen kam hier die Springer-Gabel. Also das war eigentlich der entscheidende Fehler dann, den Läufer hier zu schlagen. Und danach, ohne die Dame, gab's keine wirkliche Chance mehr. Sie hier einfach den lästigen Sprenger wegnehmen. Ich hab ihn nicht gesehen. Aber auch gut gesehen von Stefan die Gabel. Also ... Find ich. Ja, als sie dann da war schon, die Ausführung, wie gesagt, der Sprenger hätte ja weggeschlagen werden können. Dann wär's andersrum gelaufen. Aber ja, was ... Wenn man auch vor H6 umschlagen konnte. Aber ja, ich hab den Bauern noch nicht gesehen. Die Nerven. War auf jeden Fall hochdramatisch. Ja, und dann ohne Dame ging leider nicht mehr viel. Aber es war trotzdem enger, wie gesagt, als es erst mal aussah. Ja, beide haben Fehler gemacht. Irgendeinen Satz zu uns? Na, das ist ja auch bisschen die Idee des Formates. Trotzdem muss man ja sagen, wir haben zwei sehr, sehr würdige Finalisten. Das war schon eine super hochklassige, super spannende Partie. Ich bin gespannt auf die Rückrunde mit Reeve mit dem Weißen Stein. Ja, die gibt es jetzt gleich. Wir machen eine ganz kurze Werbung. Ihr könnt euch alle noch mal kurz einen kleinen Schluck Wasser genehmigen. Und dann sind wir hier zurück mit der vielleicht entscheidenden Partie im großen Zugzwang-Finale. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu Zugzwang, dem großen Finale. Internationales, anerkanntes Schachturnier. ist das einzige deutsche Schachturnier der Welt. Ja, also ich hoffe, dass wenigstens dieses dann anerkannt ist. Ja. Schach ja gar nicht anerkannt. Du bist ja auch befreundet mit vielen Großmeistern. Wie viele schauen gerade zu? Also wir wissen, dass natürlich hier der Weltmeister Magnus Carlsen vor der Mattscheibe gebannt hängen wird. Ich hoffe, dass Rustam sich das auch reinzieht. Ansonsten, ich glaube schon, ich glaube schon, dass Notiz genommen wird in der Schachfelle. Ja, zu Recht, denn das Niveau ist extrem hoch. Ich denke, der ein oder andere Großmeister hat hier auch schon was lernen können. Wenn nicht, kommt es vielleicht jetzt. Denn wir sehen jetzt Reift in Weiß und Stefan Tietze in Schwarz. Die zweite Partie in diesem großen Finale. Und wir wollen auch gar nicht lange um den heißen Brei rumreden. Seid ihr beiden bereit? Ja? Ja. Okay. Ich schaue in entschlossene Gesichter. Und dann ist die Partie hiermit eröffnet. Jetzt sind wir gespannt, ob Reift ihrem Londoner System treu bleibt. Bauer nach D4, was sie im Halbfinal gegen Fleske gespielt hat. Oder sie zurückkehrt zu E4. Nee, sie spielt wieder Bauer nach D4. Und Stefan, davon nicht überrascht, spielt Sprecher in der F6. Werd bestimmt auch, der hat auch seine Speer, der Tietze, der wird auch registriert haben, dass Reift das im Halbfinale schon gespielt hat, ne, und sich da was zurechtgelegt haben. Bauer nach E3, Bauer nach C5. Das ist auch mein Lieblingszug, setzt sofort das Zentrum. Bisschen unter Druck. Aber warum können sie den nicht einfach schlagen? Kann sie schlagen. Schwarz hätte Mittel und Wege, den sich zurückzuholen. Zum Beispiel Dame A5-Schach wäre ein Doppelangriff auf König und diesen Bauern. Eine Möglichkeit. Und auch nach Bauer nach E6 kann man den meistens nicht behalten. Also wie sie spielt, ist typischer für dieses System erstmal diesen Dreizack hier ins Zentrum stellen, den Bauern nochmal unterstützen. Und dann Figuren raus. Wenn hier geschlagen wird, schlägt der Bauer zurück. Alles Standard. Nach C6, Läufer nach B5. Das ist ein bisschen aggressiver, als ich es gewohnt bin. Ich bin ja ein Läufer-Fan. Und hier hätte ich Angst, dass der Läufer, wenn er befragt wird, Dame nach B6 oder Bauer nach A6 sich vielleicht tauschen muss gegen diesen Springer. Aber Stefan machte sich vielleicht auch Sorgen um den Bauern. Tauscht hier gleich. Der C-Bauer schlägt zurück. Und jetzt haben wir wieder eine ziemlich normale Stellung. Die, ich will nicht zu viel Fachchinesisch reden. Diese Stellung entsteht normalerweise aus der slavischen Abtauschvariante. Ist hier über den Umweg des Londoner Systems ausbreitgekommen. Bist du pro-slawische Abtauschvariante? Absolut. Das ist meine Lieblingsabtauschvariante. Viel besser als die... Damen-Gammit-Abtausch. Die Damen-Gammit-Abtausch-Variante. Oder die... So viele Abtauschvarianten gibt es gar nicht. Französische Abtausch. Die französische, aber hauptsächlich... Französische Abtausch. Hast du französisch Austausch gemacht als Spieler? Ja, fünfte Klasse war es, glaube ich, sechste Klasse nach Paris. Absolut furchtbar. Ich hatte einen Austauschschüler, der 40 Minuten von seiner Schule gewohnt hat und jeden Tag zu Fuß zur Schule gegangen ist. Zu Fuß auch noch? Ja. Ich hab da natürlich protestiert und irgendwann mein Geld genommen, was ich hatte, und bin mit dem Bus gefahren. Und er ist alleine gelaufen. Wir haben aber eh nicht viel miteinander zu tun. Du hast einen neuen Freund gewonnen fürs Leben. So, hier paar Züge geschehen. Dann alles in Ordnung. Dadurch, dass wir jetzt ja diese slawische Abtauschstruktur haben, heißt das, die Bauern sind relativ symmetrisch angeordnet. Aber Reef ändert das. Ich hätte es vielleicht gleich gemacht. Ich war nicht ganz sicher, indem der Läufer sich gegen diesen Springer tauscht. Ich sag ja im Zweifelsfall eher nicht machen. Hier ist aber den Vorteil, dass es jetzt ein bisschen Angriffsziele gibt für die weißen Figuren. Dieser Bauer auf C6 ist ein sogenannter rückständiger Bauer, der nicht mehr von seinen Kollegen unterstützt werden kann. Also nach Springer nach A4, Turm nach C1 könnte... Oh, oh, oh. Kaum erzähl ich hier über Bauern. Macht Stefan einen Fehler. Dieser Turm kann geschlagen werden von dem Läufer. Und Türme sind mehr wert als Läufer. Turm circa 5, Läufer circa 3. Und er hat gesehen, er hofft, dass Reef das nicht entdecken wird. Und sie entdeckt es nicht. Und er kommt damit durch. Gott sei Dank sieht sie das nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Er ist jetzt immer noch angegriffen, aber die Intention war ja, diesen Bauern zu schlagen. Das könnte er jetzt machen. Das würde wahrscheinlich auf einen Tausch hinauslaufen. Weiß könnte sich hier bedienen oder hier. Ich könnte nehmen auf B2. Sie nimmt. Auf A6. Oder C6. Turm muss E weg. Hm. Ich habe da wenig hinzuzufügen. Eigentlich können wir einfach... Ja, können gehen. Mikro anlassen und nach Hause gehen. Turm muss E weg. C7 hängt, aber gegen C7 hängt, kann ich nichts machen. C6, meine. Ich könnte zumindest einbauen, mitnehmen. Können wir mal auf Reef gehen? Ich würde gerne wissen, ob sie sieht, dass sie den Turm übersehen hat. Das ist gerade kommentiert. Come on. Do something, Stefan. Bin zu aufgeregt. Hält es nicht aus. Schlägt. Ja, Reef könnte jetzt jeden dieser bauen. Peak Trash. Schlagen. Sie könnte auch den Springer noch ins Spiel bringen. Vielleicht mit dem Springer hier wegzunehmen. Das wäre wahrscheinlich die eleganteste Lösung. Kannst du mal erklären, warum ein Turm so viel mehr wert ist als ein Läufer? Beide können ja Linien kontrollieren. Warum sind die geraden Linien so viel mehr wert als die diagonalen? Dann einfach ein Grund. Der Läufer kann sich nur auf schwarzen Feldern fortbewegen auf dem Schachbrett. Der Turm kann aber auf jedes Feld. Sie haben aus ihrer Position tatsächlich häufig ähnlich viele Optionen. Aber ein Turm kann alle Felder bestreichen. Wenn der Läufer immer an seine Felderfarbe gebunden ist, also könnte er dem Turm nicht überall entfolgen. Also ist ein Turm wertvoller. So, Dame schlägt 6. Das hat Tietze ja auch so kommen sehen. Mal gucken, ob er jetzt da was vorbereitet hat. Ja, es gibt mehrere gute Möglichkeiten. Er könnte den Damentausch anbieten. Zum Beispiel die Dame in die Ecke. Er würde gleichzeitig den Bauern verteidigen. Ähnliches könnte er mit Dame nach B6 bezwecken. Könnte er auch diesen Bauern retten, indem er ihn vorzieht. Also er hat jetzt Optionen. Trotzdem natürlich noch nichts passiert. Material ist ausgeglichen. Ei, ei, ei. Die letzten Finals waren schon spannend, aber so unter Druck und so konzentriert haben wir die Teilnehmer noch nie gesehen. Ich sage, er war einfach nach B4, fesselt den Springer. Dame C6 deckt Springer C3. Scheiße. Könnte verteidigt werden von jedem Turm. Ich würde wahrscheinlich diesen Turm nehmen, einfach um ihn aus der Schusslinie zu ziehen. Aber Reef, das hat ich gar nicht auf dem Zettel, aber auch guter Zug, zieht den Springer weg, greift damit aber gleichzeitig den gegnerischen Turm an. Auch eine gute Lösung. Will ich nicht kommen sehen. Aber ist schlau. Stefan muss jetzt entscheiden, schlägt er diesen Turm oder zieht er seinen eigenen Turm zur Seite. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was besser ist. Wahrscheinlich nimmt es sich nicht viel. Beides ungefähr ausgeglichen. Wenn er hier reinschlagen würde, Springer würde den schlagen, müsste der Läufer wieder weg. Könnte zum Beispiel hier hin. Also, es ist alles offen. So geschieht es. Was meinst du, welche Stellung ist hier leichter zu spielen? Es ist wirklich schwer zu sagen. Aber ich glaube, ich würde mich einen Ticken wohler mit Weiß fühlen gerade. Aber es ist auch eher so eine Gefühlssache. So richtig rational erklären kann ich es nicht. Ja, man ist der Läufer gerade angegriffen. Und ich glaube praktisch, wenn er Läufer C3 spielt, dann muss Reift erstmal wieder Probleme lösen. Nämlich diesen Springer hier zu verteidigen, der jetzt auch in der Fesselung drin steht. So hier hätte ich jetzt diesen Moment lieber wieder schwarz und Turm nach B1. Das sind die Probleme. Also symmetrisch zu dem Fehler, den wir vorher von Stefan gesehen haben. Dieser Läufer starrt. Die Frage ist, ob er es sieht. Es ist ihm ja vorher bei seinem eigenen Turm aufgefallen. Also das sollte er normalerweise sich nicht entgehen lassen. Als er es sehen würde, hätte er es schon gemacht, oder? Ja, manchmal überlegt man auch, ist da noch irgendwo ein Haken? Habe ich irgendwas nicht übersehen oder so? Ich denke, je länger er nachdenkt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er den Zug macht. Ich denke andersrum. Ich denke, er hätte es schon weggenommen. Du kennst ihn. Aber er hat das Glück, das Weiß gar nicht rauskommt aus diesem Setup. Selbst wenn sie jetzt hier die Damen tauscht, dann ist immer noch das Problem, der Springer muss ja vom Turm verteidigt werden. Der Turm wiederum ist aber angegriffen vom Läufer. Also wenn der Turm wegzieht, kostet es den Springer. Wenn der Turm nicht wegzieht, kostet es den Turm. Also selbst wenn er es übersehen hat, hat er halb aus Versehen hier eine Drohung aufgestellt, die gar nicht so leicht zu parieren ist. Wahrscheinlich sollte Reef jetzt zocken. Gut, sie hat auch keinen besseren Zug. Hoffen, dass Stefan den Turm nicht nimmt, den Springer wegziehen. Wenn er den Turm nimmt, dann will ich sich den Läufer schnappen. Denn den Turm zu retten würde den Springer kosten. Aber ich sehe auch keinen Gegenangriff, den sie wirklich starten kann. Ja doch, Springer A4 halt hier den Läufer aufs Korn nimmt. Das ist die beste Chance. Ja, das ist die beste Chance. Ja, da rüber. Der Turm könnte geschlagen werden. Hier schlagen. Und es gibt noch Hoffnung. Na, erstmal muss sie sehen, dass hier überhaupt Gefahr droht. Ah, nee, sie sieht's nicht. Und ist es Stefan Tietze aufgefallen inzwischen? Glaube auch nicht, sonst. Nee, 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 nee. Da hat sie aber Glück. Sie sehen es einfach nicht. Also beide haben diesen Blindspot, ne? Wobei Stefan's bei seinem eigenen Turm ja noch aufgefallen war. Aber umgekehrt nicht. Springer E4 und jetzt erstmal wieder, Schwarz steht angenehmer, aber das erste Mal wieder alles offen. Ich weiß gar nicht, ob Schwarz angenehmer ist. Ich muss sagen, es freut mich ein bisschen. Sonst wäre es hier schon wieder vielleicht fast das Ende gewesen. Es kann alles passieren. Aber so bleibt's doch noch. Ich sollte den Springer schnell wegziehen hier. Der Springer macht mir Angst. Oh nein. Und Stefan, fällt es jetzt auf? Jetzt fällt's ihm auf. Ach Gott. Ah. Und? Das ist die Nervosität. Es ist der Zug, Sprenger A4, rettet den Sprenger. Das setzt diesen Läufer unter Druck, der ist zwar noch verteidigt, aber jetzt, jetzt wieder absolut alles drin für Reefd. Ei, ei, ei. Also für die Dramaturgie, wie du sagst, das Beste, was uns passieren konnte. Jetzt hat's wieder alle Chancen. Hat auch diesen Freibauern. Ja, und man sieht es, wir haben auch schon im Halbfinale drüber gesprochen, Stefan neigt zu so, ja, Nervositätsfehlern. Wenn man das so böse sagen kann. Ja, Stefan hat wahnsinnig viel sich jetzt ja schon draufgepackt spielt. Super gut für die kurze Zeit, aber er hat natürlich auch noch nicht alles im Blick. Häufig fällt's ihm dann einen Tick später auf, war er jetzt ja zweimal schon so. Und das ist natürlich auch ein ätzendes Gefühl beim Schach, wenn du merkst, okay, ich hättest eigentlich hier schon beenden können, das Match, wenn ich den Turm weggenommen hätte. Und jetzt musst du wieder von vorne anfangen. Das ist psychologisch immer. Dann schreibt man im Chat, du auch rede. Ja. Okay. Gut, dass wir das auch festgestellt haben. Es war auch nicht böse gemeint, liebe Zuschauer. Ich wollte es nur einmal gesagt haben, dass wenn es einen Schwachpunkt gibt, den ich überhaupt bei Stefan ausmachen kann, dann ist es vielleicht eben, dass er bei Nervosität eben zu Fehlern neigt. Ja, ich auch. Ich habe immer noch ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Wir haben den Druck ja echt nochmal erhöht hier mit den Grußbotschaften und so weiter und so fort. Aber auf dem Niveau muss man das abkönnen. Muss man durch. Du musst als Amateurspieler einfach damit rechnen, dass Magnus Carlsen ... Ja, da musst du rechnen. Ich würde es auch wahnsinnig machen übrigens, nicht nur als Amateurspieler, sondern wenn ich eine Partie anfange und zehn Sekunden vorher wird mir ein Video von Magnus Carlsen eingespielt, der sagt, ey Jan, das macht keinen Quatsch. Das wird schon total irre werden. So, hier springen wir nach E5. Jetzt könnte Stefan, dem ja mittlerweile aufgefallen ist, dass diese Läufer dieses Feld kontrolliert, hier vielleicht nochmal dezent nachfragen. Das tut er. Ob Reeve das denn auch gemerkt hat. Denn sie hat den Turm da ja eine Weile stehen lassen. Und das darf sie jetzt nicht wieder tun. Der Turm muss weg. Ja, zweimal würde er ihr das Geschenk natürlich nicht machen. Er öffnet da die Schleuse. Und die Frage ist, hat sie gesehen, dass sie da sozusagen von der Klinge gesprungen ist oder hat sie es nicht gesehen? Gute Nachricht ist, wenn sie es jetzt sieht oder auch wenn sie es nicht sieht und auf einen aggressiven Zug macht, Turm nach B7, steht sie jetzt auf einmal deutlich besser. Stefan hat ja auch ein bisschen Zeit verloren hier mit dem Hin und Her. Und wenn der Turm jetzt hier eindringen würde, ja, spielt sie, dann übernimmt sie die Führung der Partie. Dieser Bauer ist angegriffen. Es gibt auch das übliche Grundlinienthema. Dazu kann ich das nochmal erklären, aber grundsätzlich der Turm ist an die Grundlinie gebunden. Weiß hat so Ideen wie diesen Bauern zu schlagen. Der Turm würde zurückschlagen. Und dann hier gute alte Grundlinien matt. Also Tietze jetzt unter Druck. Und ob der Tietzinger aufs Grundlinien matt reinfällt, da bin ich mir nicht so sicher. Nee, selbst wenn er nicht drauf reinfällt, ist ja ein taktisches Thema einfach. Also wenn ich den Bauern hier schlage, ist der Bau weg und kann es nicht zurückschlagen. Ach so meinst du. Das ist nur als Stilmittel. Ja. Aber ist jetzt auch schwer einfach. Es ist nicht leicht, alles zu kontrollieren. Der Bauer ist angegriffen. Ich will mal den decken. Und wenn er ihn deckt mit Läufer G6, dann geht dieser Trick. Mit diesen Fesselungen, ja, da sehen wir es jetzt auch. Mit diesen Fesselungen, das haben wir jetzt auch schon häufiger gesehen. Das ist auch, glaube ich, wirklich das, wo Anfänger immer noch ihre Schwierigkeiten haben zu sehen, dass gewisse Figuren das Potenzial, was sie eigentlich haben, nicht ausschöpfen können, weil sie anderweitig gebraucht werden. Wenn man das richtig gemastert hat, dann ist man schon einen Schritt weiter. Ja, jetzt ... Und da ist auch das, was ich meinte, er fällt natürlich nicht drauf rein. Weißt du, sie hat ja den Sprung gar nicht gemacht. Du hast es eingezeichnet. Ja, das war nur ... Ach, das warst du. Ich dachte, sie hat den Bauern schon geschlagen. Nee, jetzt können sie. Er hat den Bauern hier verteidigt mit dem Turm, aber den hier im Stich gelassen. Und es wäre nicht nur der Bauer, sondern der Springer würde auch gleich den Läufer attackieren und hier auch weiterspringen bei Bedarf, eine Gabel anbringen. Also raved hier deutlich in der Vorhand jetzt, wenn sie ihn wegnimmt. Und ... Ich glaube ... Mir gefällt das auch, dann könnte man doch auch ... Würde auch dem Läufer F4 noch ein bisschen Platz geben, zum Beispiel D6. Genau, der Läufer kriegt dann auch wieder freie Sicht. Also viele Vorteile. Schlägt einen Bauern, greift den Läufer an, der kein schönes Feld hat. Sie können auch alternativ hier erstmal Raum gewinnen, Bauer vor den Läufer angreifen, aber ich würde den Bauern hier sofort schnappen. Wie ist es auf der Uhr aus? Sechs gegen fünfeinhalb Minuten ausgeglichen. Gut in der Zeit, beide haben genug Zeit auch noch nachzudenken. Fast 20.000 Zuschauer, die am Samstagabend Schach gucken. Willkommen in meiner Welt. Läufer nach G5 spielt sie. Ich will diesen Springer beseitigen, dann vielleicht hier reinspringen. Also kompliziertere Lösung. Weiß bleibt im Vorteil. Aber den Bauern zu schlagen, wäre schon einfacher gewesen. Jetzt muss sie ja eigentlich den Abtausch machen. Ich vermute, das war die Idee. Der Bauer würde zurückschlagen und dann könnte sie sich entscheiden, ob sie den Bauern schlägt oder ob sie hier zum Doppelangriff gegen Turm und Bauern ansetzt. Mal gucken, was sie sich dabei gedacht hat. Am einfachsten wäre immer noch jetzt hier zu schlagen. Der Läufer ist ja angegriffen. Springer zu schlagen, Bauer schlägt zurück und dann diesen Bauern zu schlagen. Und weiß steht deutlich besser. Es ist einfach eine wunderbare Situation für Stefan. Ich kenne das. Ich glaube, jeder Schachspieler kennt das, wenn du weißt, dass du den sicheren Sieg verpasst hast und dich dann verteidigen musst auf einmal in einer schlechteren Stellung. Wahnsinnig schwierig. Lange überlegt, letztendlich aber dann doch den Zug gemacht. Ja, zurückschlagen sollte klar sein. Dann ist die nächste Entscheidung. Kein Grund, diesen Bauern zu verschmieden. Ja, sie schlägt. Ich vermute irgendwie, dass sie geplant hat, den Springer in D7 zu spielen. Was auch nicht schlecht ist, aber unnötig kompliziert. Also diesen Bauern zu schlagen, ist einfach sehr mächtig. Wenn sie den Bauern dort nicht schlägt, habe ich die Vermutung, dass sie den Springer näher am König halten will. Dass sie irgendwie denkt, ich will hier eine Gefahrenzone aufbauen. Und irgendwie davon ausgeht, dass wenn ihr sie jetzt wieder auf C6 stellt, ist sie wieder ein bisschen weiter weg da. Aber keine Ahnung. So würde ich denken. Aber sie macht's, sie ist nämlich schlauer als ich. Völlig zurecht. Und ja. Man sieht auch, ich glaube, dass sie merkt, dass hier wieder was geht. Der Läufer ist jetzt angegriffen. Wenn der wegzieht, er hat echt kein gutes Feld. Er versucht sich irgendwo zu verstecken. Dann gibt's auch wieder diese Springergabel. Dann könnte der Springer hier schlagen. Der Bauern zurückschlagen müsste, hätte schwarz eine sehr zerstückelte Bauernstruktur. Sogenannten Triple Bauern. Also, Stefan steht hier einfach sehr schlecht. Vielleicht Turm nach A8, beste Chance. Aber die Störung ist einfach schlecht. Bauer weniger. Die weißen Springer sind hier sehr, sehr aktiv. Spielläufer nach D8. Auch kein schönes Feld für den Läufer. Kann nirgends wirklich hin von da aus. Und ja, wenn weiß einfach in Anführungszeichen diesen Springer wegzieht, dann mit dem Bauern vorrennt, ist der schon wahnsinnig schwer zu stoppen. Die schwarzen Läufer, ich bin ja normalerweise pro Läuferpaar, hier sehr ineffektiv. Sie tauscht ihn, was den weißen Vorteil bewahrt, aber hier gar nicht nötig gewesen wäre, weil der Läufer auf D8 so schwach war trotzdem. Wenn sie jetzt hier Springer nach vorne zieht, dann mit dem Bauern kommt, bleibt es sehr, sehr gefährlich. Großmeister Stefan, wie sein Online-Name. So musste ich ihn übrigens auch am Set ansprechen und da hat er noch gar kein Schach gespielt. Ja, ich glaube, den Nickname hat er nicht, er ist halt der Schachkarriere. Springer nach C5 gespielt, bester Zug ist auch ein sogenannter Vorposten für den Springer. Ist hier unterstützt von den Bauern, kann also nicht wirklich genervt werden von den schwarzen Figuren. und er kontrolliert auch dieses Feld, wo der Bauer hin möchte. Also, Brief-Tar ist hier im Griff. Sie meistens ja auch so in Endspielen, gut, er ist nicht so klassische Endspieler, aber wenn die Störung ein bisschen vereinfacht wurde, meistens noch besser gespielt hat. Er hat da gute Instinkte. Ähm, wir werden sehen. Jetzt muss er erstmal diesen Bauern behalten, aber Bauern nach A4 zu spielen, sollte, sollte drin sein. Da wäre er vom Springer verteidigt. Was meinst du, wer hat die größere Fanbase? Kommt drauf auf und wo, würde ich sagen. Jetzt von Leuten, die zugucken, wahrscheinlich Reef, ne? Ist ja eine sehr, sehr große Twitch-Streamerin. Ich weiß nicht, ob die Tietze-Leute da mobilisiert wurden. Hat er das Turnier mal im Pufo erwähnt? Ja, es gab eine Folge, wo so eine Stunde ungefähr darüber geredet wurde, als Rustam ihn den begabtesten Spieler aller Zeiten genannt hat. Das wurde ein, zwei Mal erwähnt. Ich glaube, jetzt in der letzten Folge hat er das nicht erwähnt, vielleicht hier auch. Um den Druck auf sich selber nicht zu erhöhen. Okay, sie will nach D7. Sie will wahrscheinlich F6, aber sie gibt ihren Bauern auf. Sie gibt diesen schönen Bauern. Und der Springer stand so gut auf C5. Also, auch wenn Stefan das jetzt pariert mit König nach G7, den Bauern verteidigt, hat der Springer da eigentlich nicht viel zu suchen. Jetzt müsste sie artifiziellere Wege finden, diesen Bauern zu verteidigen. Zum Beispiel Turm nach B2. Also, sich hier ein bisschen zurückzuziehen. Weil sonst der Bauer weg wäre. Aber um auf die Frage zurückzukommen. Also, ich glaube schon, mit der Pufo-Army ist nicht zu spaßen. Sind die alle am Start? Wahrscheinlich schon. Ich klinge mal, die sind am Start. Die werden sich ja sowas nicht entgehen lassen. Wie heißen die Tietze-Fans? Gibt's da Namen? Team Fanta oder? Chat. Wie nennen sich die? Die Tizianos. Big Kids. Pufo-Army. Jetzt hab ich's erst verstanden. Jetzt längst. Ich hab's schnell. Ich hab's vorgelesen, bevor mir der Bedeutung bewusst war. Pufo, klingt niedlich. Tietze. Und Reefd, wie ist bei Reefd? Gibt's da? Gibt's da einen Teamname? Ja, die Vermutung könnte natürlich sein, dass die Reefd-Fans auch alle bei Reefd im Chat engen und sich dann bei uns nicht so bemerkbar machen. Das ist bestimmt hier zum Repräsenten. Socken. Fuchsrudel. Okay, okay. So, Bau nach G4 von Reefd. Griff diesen Läufer an. Der Läufer zieht sich zurück. Und jetzt hat sie wieder die Entscheidung, deckt sie ihren eigenen Bauern mit dem Turm, Turm nach B2 zurück. Oder geht sie zum Gegenangriff über? Hier, interessanter Zug wäre auch, den Springer zurückzuziehen, der ja auf D7 nicht so viel reißt. Springer nach C5. Die Absicht wäre, wenn Stefan dann diesen Bauern schlagen würde, könnte sie die Fesselung hier ausnutzen und hier auf E6 reinschlagen. Das tut sie nicht. Sie geht mit ihrem Bauern vor. Aber das erlaubt Tietze, sich diesen Bauern einzverleiben, ohne dass direkt was passiert. Er stellt damit erst mal das materielle Gleichgewicht wieder her. Steht immer ein bisschen schlechter, aber jetzt wieder alles drin für Stefan Tietze. Und Reefd muss jetzt hier auf diese Idee kommen, diesen Ball anzugreifen, die nicht so nahe liegt. Ich hab grad mal geschaut, hier bei Reefd immerhin 8.000 fast, die dort zugucken. Na, 7.500. Also, das ist hier schon auch fantechnisch ein Kopf-an-Kopf-Rennen, möchte ich sagen. Ja, schachttechnisch auch ist super spannend. Aber Reefd hat jetzt ein bisschen wieder Luft reingelassen in die letzten Züge. Also hat er ja alles im Griff. Jetzt, wie gesagt, noch ein bisschen besser. Die Zeit wird auch knapp bei ihr. Und ich weiß nicht, diese Idee ist jetzt nicht so naheliegend, diese Fesselung hier auszunutzen. Naja, sie spielt Turm nach B8, verlässt die 7. Reihe, wo der Turm eigentlich schon ganz gut stand. Aber da gibt's nicht so viel zu holen. Der Tietzische... Oh, was soll ich sagen? König ist gut verteidigt. Aber sie muss eigentlich auf dieses Feld kommen, also C5, weil der Springer eigentlich sonst nirgendwo hin kann. Ah, F5, aber auch kein Zug, der mir gefällt. Mauert jetzt seinen eigenen Läufer ein bisschen ein. Wenn sie vorbeizieht, was, glaube ich, eh ihre Intention ist, dann würde der Springer auch gleichzeitig wieder neue Felder kriegen durch F5. Dann hätte er auf einmal dieses Feld. Ah, nee, sie schlägt. Nee, nicht so gut. Lässt den Läufer wieder raus. Also hin und her. Weiß steht immer noch minimal besser, weil die Stang auch leichter zu spielen ist. Läufer soll jetzt schlagen, dann Springer in die Mitte und dann wieder versuchen, zum Gegenangriff überzugehen. Aber jetzt wieder alles. Und Gleichgewicht. Ja, und jetzt könnte auch schon wieder die Zeit ein Thema werden. Zwei Minuten gegen knapp vier. Ich verspreche ja hier vom Spielen. Sie könnte auch überlegen, ob es jetzt an der Zeit ist, den eigenen König mit einzubeziehen, der hier hinten ja nicht viel macht, ein bisschen vorzubringen. Ist nicht mehr so viel Material auf dem Brett hier. Kann man den König ein bisschen einbeziehen. F3 gefällt mir nicht, als den König, den ich ja eben einbeziehen wollte, jetzt abschneidet auf der zweiten Reihe. Der Turm kontrolliert jetzt die ganze zweite Reihe. Steht kein Bauer mehr im Weg. Und dadurch kommt der König nicht mehr raus. Also alles nichts Entscheidendes. Die Stang bleibt ausgeglichen. Also grundsätzlich gesprochen. Gefällt mir das nicht, weil der Turm jetzt viel mächtiger geworden ist dadurch. Läufer nach D3. Der Läufer sucht immer noch nach Angriffszielen. Wann der vom Springer hier gejagt werden. Immer noch Springer nach E5, der beste Zug. Den Läufer angreifen, den Bauer im Blick behalten. Sie hat Chancen hier, aber sie muss ein Angriffsziel finden. Und ja, Springer E5 gespielt. Unzufriedenheit bei Stefan. Läufer nach C2. Und jetzt wieder dieses Thema, was ich schon ein paar Mal gesagt habe. Turm nach B7. Wäre eine gute Idee, um den Ball anzugreifen. Noch gemeiner erstmal den ein vorziehen. Zu verhindern, dass der Läufer hier noch hin kann. Ah ja, sie spielt Tor nach B7. Greift ihn an. Es muss Stefan in den Rückzug antreten. Wenn er es denn sieht, wenn er es nicht sieht, dann fällt dieser Bauer und Schwarz steht wieder hinten drin. Ja. Hat er gesehen? Hat er gesehen? Stark gespielt. Deshalb meinte ich ja vielleicht erst Bauern hier vor, das zu verhindern. Und jetzt hat Reeve wieder das Problem, dass es nicht so leicht ist, den König zu aktivieren. Würde gerne jetzt den König herinbringen. Und irgendwie ein bisschen unterstützen, aber das geht nicht. Er hat abgeschnitten. Aber ... Ach nee. Ich hatte fast eine gute Idee. Sag. Ah, sie fliegt. Das war die Idee, aber dann hab ich sie verworfen, weil der König schlagen kann. Aber ich hatte nur gedacht, der Bauer ist gefesselt. Das hab ich immerhin auch dann gesehen. Und dann hab ich auch gesehen, dass der König natürlich schlagen kann. Ja, ich hätt es deshalb verworfen, weil so in meinem Kopf dieses Endspiel ... Gut, jetzt steht Schwarzgleich ein bisschen besser, aber bei bestem Spiel kann Weiß maximal auf Unentschieden hoffen. Und sie muss ja gewinnen. Sie hat ja erst Partie verloren. Und hier jetzt nur noch mit den Türmen und gleichen Bauern und dem abgeschnitten König seh ich nicht so richtig die Gewinnchancen. Und ja, Tizze spielt das auch gut, stürzt sich auf diesen Bauern-Turm nach A4. Hier ist es, glaub ich, wahnsinnig schwierig, jetzt noch was zu kriegen. Ja, zumal die Zeit jetzt auch runtertickt. Tizze hier zwei Minuten mehr. Das wird jetzt sehr, sehr schwer für Reefd. Ja. Im Prinzip muss sie irgendwie eine Dame bekommen. Und ich seh grad nicht, wie sie das schaffen soll. Verliert jetzt erst mal hier einen weiteren Bauern. Mithilfe. Sie gibt Schach. Aber wenn der König einfach in der Nähe dieses Bauern bleibt, den verteidigt, dann ist es nicht möglich, den Kollegen zu überdecken. Und ja, die Siegchancen ... Oh, nee, 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 da kommt die Hilfe. Kaum sage ich, das König nach F5. Und jetzt können sie hier schlagen. Mit Schach. Der König müsste zurück, dann das nächste Schach. Und weiß. Hat tatsächlich noch mal eine Chance. Und das sieht sie. Ei, ei, ei. Machen sie aber auch spannend. So, jetzt Turm ein. Sieht sie für F6. Sieht sie F6. Sie hat nicht viel Zeit. Sie könnte auch hier mit dem Turm zurück den Bauern verteidigen. Hätte sie auch einen mehr. Nein, ich habe hier sieben. Ja, ähnliche Idee. Nicht ganz so gut, weil Turm F6 ist mit Schach. Erledigt das Ganze. Jetzt muss sie noch mal zurück. Und das finden. Sonst geht es nicht voran. Also wieder Schach geben, König zurückzwingen. Und dann mit dem Turm hier rein oder da rein. Nee, nee, nee. Sie weiß natürlich, dass sie die Züge nicht wiederholen darf. Aber jetzt hat Stefan wieder alles im Griff. Schlägt diesen Bauer. Und jetzt kann er die nächsten Bauern schlagen. Dann fällt der Bauer hier. Und hey, keine Chance mehr. Heieiei, da war die Chance noch mal da. Wird sich Stefan Tietze hier durchsetzen? Ohne eine einzige Partie? Oder hat er eine Partie? Nee. Er hat, glaube ich, 2-0 gewonnen. Beide seine Matches. Also gegen Maxim. Am Ende. Die erste Partie hätte es ja auch mal andersrum gehen können. Gegen Tim war auch spannend. Aber bisher hat er tatsächlich alles gewonnen. Man muss einfach sagen, Ustam irrt sich nie. Tat. F7 Schach. Kein nächsten Bauern hier schlagen. Und ja, bleiben im Reef einfach nicht mehr viel Ressourcen. Aber er macht's wieder nicht. Er schlägt den Bauern nicht. Und jetzt gibt's wieder die Chance. Also das gewinnt wahrscheinlich, wer weiß. Aber wieder die Chance, im Spiel zu bleiben. Mit dem Turmschach und sich dann diesen Bauern zu schlagen. Auf der Zielgeraden. Einfach den Bauern schlagen und Partie ist vorbei. Heieiei, jetzt gibt's noch Chancen. Jetzt den Bauern schlagen. Und dann hat Weiß hier zwei Freibauern. Jetzt kann wieder alles passieren. Ich hatte schon ... Hatte schon meinen Preisverlagerungsmonolog vorbereitet. Aber ... Aber wie kann sie jetzt die anderen Bauern schlagen? Nee, kann sie nicht. Aber jetzt hat sie ja noch zwei Bauern. Und die sind sogenannte verbundene Freibauern. Da stehen keine Bauern mehr gegenüber. Also jetzt wär's nicht so leicht für Stefan zu spielen. Also Hüchschlang ist immer noch in der Remisbreite. Und das macht er so richtig, wenn er mit dem König hier rangeht. Und Jagd auf diese Bauern macht. Aber jetzt hat sie wieder Chancen. Turm vor. Dann mit dem Bauern hinterher. Eine Minute noch bei Reift. Immer noch dreieinhalb Minuten. Bei Stefan Tietze. Ah, nee, nee, nee. Sie schenkt wieder diesen Bauern her. Den hat Tietze jetzt schon zweimal verschmäht. Aber ... Nee, diesmal nimmt er ihn. Und ohne den Bauern ... Mit dem Bauern verschwinden auch die Siegchancen, muss man ehrlich sagen. In Silence passiert noch was Drastisches. Ah. Jetzt nimmt er ihn. Turm ist angegriffen. Turm muss weg. Und dann letzte Hoffnung der F-Bauer. Aber jetzt mit zwei Bauern für schwarz und nur einen für weiß. König wird angegriffen. Jetzt kann vor allem Stefan, dem ja ein Unentschieden reicht, sich auf diesen Bauern stürzen. Und wenn er den zu fassen kriegt, so Turm gegen Turm, ist nicht zu gewinnen. Also, ja, hier ist jetzt schon ein Wundergeschehen. Eieiei. Turm B5 Schach. Ich muss jetzt auf irgendeine Falle setzen. So können die F4 eine Falle, die mir noch einfallen würde, wäre Turm nach B8 runter. Und wenn Stefan hier schlagen würde, könnte man den Turm gewinnen mit Turm F8 Schach. Dann wegnehmen. Aber es wären Tricks. Also, es ist objektiv hier keine Chance mehr. Turm nach B3. Da habe ich den Bauern. Kannst du den Trick nochmal visualisieren? Das habe ich gerade nicht verstanden. Ja, ich meine hier, wenn weiß so spielt, ist nicht geschehen. Nur Zeitlupe. Turm nach B8. Und Schwarz würde den Bauern schlagen, was ein Fehler wäre. Könnte Turm F8 Schach gestehen. Schene. Und der Köder müsste weg. Dann könnte der Turm weggenommen werden. Mhm. Na gut. Aber kam nicht. Stattdessen. Scheiße. Oh, und hier gibt's nochmal die Chance. Hier gibt's nochmal die Chance. Bau nach F4 Schach. Nein. Ähnliche Situation, wie wir sie tatsächlich kürzlich in der Magnus-Karlsen-Partie gesehen haben. Bau nach F4 Schach. Der Köder muss schlagen. Und der Turm ist weg. Mhm. Uff. Aber. Oh mein Puls. Ich glaub, Stefan hat's gesehen. Uff. Ei, ei, ei. König nach F2. Ei, ei, ei. Es ist unglaublich. Eine Partie, die schon längst man gedacht hat, Stefan gewinnt sie. Und König nach F4. Wieder ein Fehler. Denn jetzt kann Reeve diesen Bauern mit Schach schlagen. Und der König müsste sich zurückziehen. Also, Stefan wackelt hier auf den letzten Metern. Ja, und sie sieht es. Stefan bleibt ausgeglichen. Also, Stefan immer noch. Mit allen Chancen. Aber er macht sich das Leben ja nicht leichter. Das ist natürlich. Bau nach F4 Schach. Jetzt, wenn der König vorgeht, dann. Vielleicht hat er's jetzt geschafft. Jetzt erwischt er, glaub ich, den letzten Bauern. Also, Turm F3. Ah, Bau nach F4 hat's nochmal Stefan ein bisschen leichter gemacht, weil er sich jetzt diesen Bauern schnappen kann. Ei, ei, ei. Wie nach G2 ist Turm Schach. Muss er allerdings auch geben, wenn er... Na gut, aber es gibt auch keinen Zug, der nichts tut. Droht F5 Schach, aber alle Züge parieren es. F3 wäre vielleicht mal ein Fehler. Dann F5 Schach. Aber nee, das sieht der Turm G3 Schach. Oh Gott. Oh Gott. Okay, muss zur Seite. Aber warum... Das ist unmöglich. Warum ist er grad so außer sich? Ist aufgeregt. Aber ich glaub, er dachte, er hat einen Fehler. Oh, 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 er macht nochmal einen Fehler. Bau nach F5 Schach. Bau nach F5 Schach. Weiß gewinnt den Turm. Und kann die Partie gewinnen. Sieht sie das? Letzte Chance. Aber sie denkt, dann wird er geschlagen. Ja, dann wird der Turm geschlagen. Absolut letzte Chance, glaub ich. Aber wenn sie das sieht, dann kann sie tatsächlich hier das Blatt nochmal wenden. Ich glaub, das sieht sie nicht. Da kommt der Schach. Ui, ui, ui. Was denkt der Tizzi jetzt? Er schlägt und jetzt den Turm... Oh nein! Nein! Ei, 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 ei. Da war die Chance. Turm schlagen, dann den Bauern schlagen und Turm und König können matt setzen. Ich würde vermuten, auch das Reefd. Das sogar kann, die Technik. Aber, uff, das war dann doch zu viel. Ei, ei, ei. So, ich hab schon siebenmal gemacht. Jetzt wird's keine Chance. Siebenmal gesagt, jetzt wird's keine Chance mehr geben für Reefd. Ich sag's nicht noch einmal. Uff. Turm schach. Was soll sie machen? G1. Ei, ei, ei. Muss ja auch verhindern, dass der Bauer da jetzt nicht durchbricht. In dem Sinne egal, weil Stefan auch einen Unentschieden reicht. Der muss ja gar nicht gewinnen. Objektiv ist die Störung gleich noch unentschieden, wenn der König hier bleibt und diesen Bauern verteidigt. Aber jetzt, Remi, jetzt soll das Schwarz gewinnen bei bestem Spiel. Jetzt kann der Bauer nicht gestoppt werden, glaube ich. Jetzt kommt der König zur Hilfe. Aber, darum geht's ja nicht. Denn Reefd muss ja gewinnen. Wie willst du das alles aufarbeiten in der Analyse? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. Sie schlägt den Bauern, aber der Turm kann schlagen. Und damit gehen auch offiziell die letzten Siegchancen verloren. Das ist unfassbar. Verloren. Denn, selbst wenn Stefan jetzt auf Zeit verlieren würde, weil Reefd kein Matt-Material mehr hat, würde die Partie an unentschieden enden. Das heißt, Stefan Dietze steht jetzt schon als Turniersäger fest. Glückwunsch. Jetzt können wir nochmal gucken, ob er es hier mit Turm und König matt setzen kann. Nein, 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 was? Kannst du das, Turm und König? Ich glaube nicht. Ist nicht so einfach. Turm und König müssen zusammenarbeiten und ein immer kleineres Kästchen bauen für den Gegnerschen König. Also hier angefangen mit Turm nach E5. Tja, sind ein Trainingspaar Leuten beigebracht. Ich glaube, Stefan aber nicht, ehrlich gesagt. Mit Vles gemacht, mit Chilux. Mal gucken. Ich gehe davon aus, dass er das kann. Wenn nicht, haben wir noch eine lange Session her. Aber im Prinzip kann sie doch eh nicht mehr gewinnen, oder? Ne, klar, aber man will die Partie ja trotzdem ausspielen. Bisher ist das noch nicht überzeugend, Herr Tietze. Jetzt geht der König wieder in die Mitte. Noch keine Fortschritte. Also es geht immer noch um, den König aus der Mitte zu treiben. Jetzt hier mit dem König hinterher zum Beispiel. Das wäre vielleicht besser. Aber Stefan weiß natürlich auch, dass hier seine Trainer, seine Supporter, dass hier alle zugucken. Jetzt hat er es gut gespielt, den König abgeschnitten. Was er noch nicht drauf hat. Jetzt, wenn der König hier, aha, das hilft ihm. Obwohl. Nein! Aha, jetzt müssen wir ihn hier wieder abschneiden. Sieht er das? Sieht er das? Ist matt in drei Zügen, Chat. Ach Gott! Ja, kannst du ihn auch hier abschneiden. Okay, das macht er immer hin. Ich glaube, diese Technik, er scheint es nicht ganz drauf zu haben. Also hier König nach C4, der schnellste Weg. Danach König nach A5. Jetzt müsste er den Turm 1 zur Seite ziehen. Und dann ist der König zurück. Und dann lässt er schon matt. Das weiß er nicht. Oh, jetzt ist matt. Jetzt ist matt. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. GG. Ja, halleluja. Halleluja. Herzlichen Glückwunsch. Stefan Tietze. Oh mein Gott. Ungeschlagener Sieger des dritten Zugzwang Turniers und Gewinner. Ja. Gewinnt er den Pokal? Des Pokals. Oh Gott. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin komplett am Ende. Nach Köln. Wow. Also ich muss sagen, ich glaube, das war mit Abstand die spannendste Partie, die wir hier bei Zugzwang je gesehen haben. Es war ein Hin und Her. Steve Balken muss jetzt erst mal eine Pause machen. Der kann nicht mehr. So viel kann ich schon mal sagen. Es war, ich weiß, ich habe noch nie so oft gehört, dass Jan Gustafsson gesagt hat, jetzt ist vorbei. Nein, doch nicht. Also, Respekt. Das war wirklich bis zum Ende ein unfassbarer Fight. Wirklich ganz, ganz großes Kompliment. Auch wenn es bitter ist, zweimal jetzt im Finale und noch keine Trophäe. Aber du bist wirklich eine fantastische Schachspielerin und hast Stefan hier alles abverlangt. Und es gab wirklich, es hat nicht viel gefehlt, um hier wirklich nochmal einen Armageddon zu erzwingen. Ich weiß gar nicht, wo Jan anfangen soll. Das war echt viel Inhalt. Ich weiß nicht, ob ihr heute Abend noch was vorhabt, aber wir gucken einmal. Also es ging los mit, ich glaube, Stefan hat es auch sofort gemerkt. Er stellt den Turm hier hin und der Turm hätte geschlagen werden können von dem Läufer. Ja, ich habe es eins zu spät gesehen, leider. Genau einen Zug zu spät gesehen. Das hat mich dann auch sehr geärgert. Und dann hatten wir das gleiche Spiegel verkehrt, habt ihr aber beide verstreichen lassen. Hier Reef stellt den Turm hier rüber und Stefan hätte ihn schlagen können mit seinem Läufer. Aber hat das auch nicht gemacht. Selbst unsere Fehler waren gleich. Ja, ja, es war sehr synchron. Hier war die Zeit, die Chance eine Zeit lang da. Aber dann der Springer verstellt den Weg. Dann hat Reef hier das Blatt mit sehr, sehr starkem Spiel gedreht hier als der Turm. Auf die siebte Reihe kam hier schon Stefan sehr unter Druck und eigentlich auch eine lange Zeit deutlich im Hintertreffen. Das hier ist eine wirre Situation. Nach Läufer nach D8 meistens predige ich, das Läuferpaar ist stark und man soll es schnell kaputt machen. In dieser Situation sind die Läufer so schlecht. Hier hätte ich sie tatsächlich auf dem Brett gelassen und an Reef stelle einfach den Springer hier hin und dann mit dem Bauern vor. Die schwarzen Figuren stellen sich alle selber im Weg. Da weiß ich gar nicht, was Stefan hätte machen können. Ja, zu dem Punkt hatte ich, glaube ich, irgendwann auch mal gesagt, ich soll am besten mit dem A-Bauern durchpushen. Aber irgendwie dachte ich noch, dass es durch den Turm noch zu leicht verhindert werden kann. Ja, deshalb, wenn du diesen Läufer hier am Leben lässt. Der Läufer hat gar keine vernünftigen Felder. Also er kann nicht hier hin, er kann nicht hier hin, er kann nicht hier hin, er kann nicht hier hin. Und er steht auch noch dem Turm im Weg, der den Bauern stoppen könnte. Also das hier wäre schon sehr gemein gewesen. Ich liebe mein Läuferpaar, aber ich habe dann gedacht, ich war so froh, als dann dieses Abgetausche kam irgendwie und sich das ein bisschen entknotet hat da hinten. Was ist eine Scheißstellung. Ja, auch hier wieder ähnliches Ding. Der A-Bauer ist mächtig, ein sogenannter Freibauer, den hätte ich hier auch einfach behalten, ihn vorziehen, vom Springer unterstützen lassen. Und auf kurz oder lang sollte er das Rennen machen, vielleicht muss man den König noch rüberbringen, um ihn zu unterstützen. Aber der ist langfristig nicht zu stoppen von dem Turm. Also hier war ja, Stefan Stefan hinten drin. Dann gab es so eine Phase, wo Stefan sich befreit hat hier und die Stellung ungefähr ausgeglichen war, dieses Turm-Menspiel. Hier dachte ich eigentlich mit vier gegen vier Bauern, weil Stefan ja auch ein Unentschieden reichte, würde nichts mehr passieren und die Bauern tauschen sich irgendwie, es geht Remios. Aber es gab noch einige Dramen tatsächlich. Wo fangen wir an? Ah, hier, König nach F5 war ernster Fehler, also wenn der König einfach hier bleibt, diesen Bauern verteidigt, dann kann nicht viel passieren, dann kann der Turm sich hier bedienen. Der König ging vor, zack, jetzt kann der Turm hier reinschlagen. Und hier hätte Antoni, das hat sich gleich später auch gemacht, in einer anderen Situation, gleich mit dem Turm das Schach geben können, solange der Bauer noch lebt, sich dann den Bauern schnappen und dann hast du ein paar Züge mehr, als es in der Partie war. Also hier hätte Weiß dann wieder sehr, sehr gute Siegchancen gehabt. Ich muss einmal gucken, was noch spannend war. Wir kommen zu den dramatischsten Situationen hier am Ende, als der ich schon mehrfach verkündet hatte, das war's jetzt. Stefan reicht ja ein Unentschieden. Hier, Antonia, wir wollen dich nicht foltern, aber hier Weiß am Zug, wie kannst du den Turm gewinnen? Ja. Oh Gott. Ja, ich hab ja nicht so viele mögliche Moves, das heißt, es muss ja eigentlich irgendwas sein, was, äh, siehst du's schon? Ja, ich hab's auch im Spiel gesehen. Ach so. Also, Power F4. Power F4. Ist mit Schach, ich muss wegziehen, du kannst meinen Turm klauen und dann ist es vorbei. Das hab ich gesehen und dachte mir, jetzt ist es vorbei. Wieso hättest du ihn denn nicht nehmen können? Ach so, ich hab's ja auch nehmen können. Der König muss schlagen, aber jetzt ist die, die dritte Reihe freigelegt und du kannst den Turm hier weghauen und der Turm gewinnt gegen die beiden Bauern. Und es gab dann noch einmal später die Chance, hier, die du auch genutzt hast, hier nach Bau nach H3. Das war ein ernster Fehler von Stefan, einfach Turm F3, Schach, dann kann nicht mehr viel passieren, den Bauern schlagen. Aber nach Bau nach H3. Hier wieder eigentlich das gleiche Thema, dieses Schach, König schlägt und hier kannst du den Turm einfach wegnehmen. Ich hatte lang überlegt, mit dem Bauern eins vorzugehen, aber ich hatte so Angst, dass er nimmt, weil ich dachte, das wäre meine letzte Chance auf eine Dame. Aber eigentlich wäre Turm und König, hätte ich eigentlich auch, glaube ich, ich hab's geübt, wie man da mit Matze setzt und da hätte es, glaube ich, sogar geklappt. Ich hab mich da hinten auch so verrechnet. Hier dachte ich, ich hab gesehen, dass der Turm geschlagen werden kann, also das mit dem Schach hab ich alles nicht gesehen. Aber dann dachte ich, ich wäre durch mit dem Bauern und dann natürlich nicht. Und dann, aber wenn so wenig Zeit ist und dann Finale, dann lässt du, machst du dumme Sachen einfach. Ärgerlich. Ja, ich glaube, da war ich auch auf so 30 Sekunden die ganze Zeit. Ja, darauf hab ich auch noch ein bisschen spekuliert. Ich wollte ja auch nicht so viel Denkzeit anschenken. Aber dann schnell gezogen. Oh Gott, ey. Was ein Krimi. Nee, es war auf jeden Fall unglaublich spannend und ja, ich denke, das Niveau ist auch echt noch mal krass gestiegen im Vergleich zur letzten Staffel. Also, ja. Dank Stefan, aber auch Reefd noch mal stärker, finde ich, als in der zweiten Staffel. Wie siehst du es, Antonia? Enttäuscht? Also, ich hatte es vorhin schon gesagt, also nicht im Stream, aber ich hab's zu einem Kumpel schon gesagt gehabt. Wenn ich verliere, dann hab ich gegen Tietze, der quasi so ein bisschen als Favorit, also als stärkster Spieler in dem Match gesehen wurde, verloren. Und wenn ich gewinne, war es, also, um es zusammenzufassen, wenn ich gewonnen hätte, wäre es ein Gigasieg und wenn ich verliere, ist es so ein, hätte man ein bisschen mit rechnen können. Deswegen, ich hätte natürlich gerne gewonnen, aber ich habe gesehen, wie Stefan gespielt hat und Stefan hat einfach dann doch ein gutes Ticken noch besser gespielt als ich. Vielleicht nächstes Mal. Das ist sehr lieb, danke schön. Du hast unfassbar gut gespielt. Also, unfassbar. Mach, muss mehr Schach spielen, auf jeden Fall. Ja? Ich habe dich beobachtet, also du spielst ja nicht so häufig Schach, sondern nur, also nur jetzt für Zugzwang und dann hast du auch gesagt, dass du jetzt lange nicht gespielt hast, erst zwischen den Staffeln dann, von daher, also bleib auf jeden Fall am Ball. Also, wenn du dich vorbereitet hättest, dann hätte ich einpacken können, auf jeden Fall. Also, crazy. Wie sieht denn deine Karriere jetzt aus, Stefan? Ist das jetzt ein Thema für dich? Full Pro, oder? Ehrlich gesagt, ich brauche, glaube ich, erst mal Urlaub, eine Woche, und dann geht's ja los, das Kandidatenturnier zu kommentieren. Ich weiß nicht, ich brauche erst mal Erholung. Ich weiß nicht, ob das bei jedem Schachspiel immer so ist, aber diese Anspannung, die ich jetzt dreimal hatte in dieser Woche, also, das will ich eigentlich nicht mehr. Nein, wir hoffen, dass du den Titel zumindest verteidigen wirst beim nächsten Zugzwang-Turnier. Ich hab das Gefühl, du bist in der Schachwelt angekommen, und irgendwie, ich weiß nicht, es kann doch alles kein Zufall sein. Es macht so, so viel Spaß, und ich freu mich wahnsinnig aufs Kandidatenturnier mit Jan, und auf die eine oder andere Folge Lach- und Schach-Geschichten noch, und vielleicht kann Antonio auch mal vorbeischauen, oder viele andere Teilnehmer, also ich glaube, Rocket Beans und Schach, it's a match. Ja, kann ich bestätigen. Ähm, dann bleibt uns nur noch zu sagen, herzlichen Glückwunsch nach Köln, den Pokal kriegst du natürlich, obwohl du kommst ja nach Hamburg, kannst du den auch abholen. Ähm. Und was ich noch sagen wollte, vielen Dank an euch beiden. Ohne euch wäre die Show nicht so toll. Das ist ganz mega cool, was ihr macht. Das ist unfassbar. Macht so viel Spaß. Dankeschön. Vielen Dank. Und an der Stelle auch mal ganz kurz ein Dank, also zusammengerechnet, glaube ich, mit Antonias Zuschauern, hier knapp 30.000 Live-Zuschauer, die am Samstagabend sich hier Schach angeguckt haben. Ähm, das ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich heutzutage. Gibt genug Alternativen. Netflix, gute Serien, hab ich gehört. Ich wüsste nicht, was man sonst gucken soll, also das war doch hier ganz großes Kino. Ja, vielen Dank an alle Zuschauer, vielen Dank auch nochmal an die Schachweltmeister Magnus Carlsen und Rustam Kasimczaner für ihre Grußbotschaften hier. Ich hoffe, das hat euch nicht zu sehr gestresst. Ich wusste nicht, ob es gemein ist und noch mehr... Jan hat richtig ein schlechtes Gewissen geweckt. Nein, das war sehr cool. Das ist das Coolste der Welt. Das war wirklich ultra cool. Vielen Dank. Ja. Bleibt uns nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank für dieses großartige Finale an euch beide und danke an alle Zuschauer, auch für die lieben, lieben vielen Kommentare und Herzengrad, die da durch den Chat fliegen. Uns hat's auch viel Spaß gemacht. Bleibt am besten dran, jetzt gibt's nämlich Dosenbeats. Gibt's jetzt Dosenbeats, liebe Regie? Ich sag ja immer falsch was. Ich glaube, jetzt gibt's Dosenbeats. Wer macht Dosenbeats? Tim Heinke, Daniel Schröcker, wer macht Dosenbeats? DJ Laser ist natürlich auch. DJ Laser ist auch da. DJ Laser und die Hübschen. Es ist ja, glaube ich, eigentlich Tanzverbot gerade zur Zeit, oder ist das erst morgen? Ich hab schon mein ganzes Leben ein Tanzverbot. Okay, also ihr könnt ja heimlich, es wird keiner verpätzt, wenn ihr zu Hause ein bisschen abgeht, also gleich ein bisschen Party hier, bleibt auf dem Sender und ansonsten sehen wir uns hoffentlich spätestens wieder beim nächsten Zugzwang-Turnier. Das war's von uns. Tschüss, frohe Ostern und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.